Was ist das Gebäude 7, das beim Anschlag auf das World Trade Center eingestürzt ist, ohne den Einfluss von irgendwelchen Flugzeugen? Das war das dritte Gebäude beim World Trade Center. Können Sie was dazu sagen? Haben Sie schon mal davon gehört? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin nicht vor Ort gewesen und ich habe es selber nicht analysiert. Herr Kurnatz, das ist doch ganz interessant, dass das in dem Untersuchungsreport nicht vorkommt. Immerhin... Spaß, mach mal die Kamera, komm mal raus hier! Nicht aggressiv werden, das kommt in dem Untersuchungsreport. Ja, genau, darum geht's doch, darum geht's doch, dass dieser ganze Krieg gegen den Terror doch eine reine Farce ist. Würden Sie sich bitte hinsetzen? Darum geht's doch genau, hey! Jetzt mal runter, man hört mal den Spaß drauf, was ist denn hier los, hey? Du störst die ganze Veranstaltung.